Über Dreamweaver steigt der Trainer auf der Adobe-Seite ein und installiert eine der Extensions über den Extension Manager. Das Thema dieser nun folgenden Lektion dieses gesamten Kapitels sind die sogenannten Web-Widgets, die Sie hier gleich über den Dreamweaver herunterladen können. Das machen wir einmal als erstes. Und zwar habe ich den Dreamweaver geöffnet und dann sehen Sie hier oben diese Schaltfläche Dreamweaver erweitern. Und wenn ich hier einmal draufklicke, kommt so ein Flyout-Menü und dann kann ich sagen Web-Widgets suchen. Dann geht er zur Adobe-Seite in dem Bereich Dreamweaver Web-Widgets und da steht eine ganze Reihe von Widgets zur Verfügung, die ich zum größten Teil kostenlos herunterladen kann. Hier also dann die Download-Seite und hier haben wir halt die verschiedensten Widgets. Und ich klicke jetzt einfach hier einmal auf Download, komme dann hier in einen entsprechenden Bereich, der geladen wird. Und dann muss ich mich hier als erstes registrieren mit der entsprechenden Adobe-ID. Das ist dann immer die entsprechende E-Mail-Adresse, die man da eingeben muss. Und dann das Passwort. Und dann kann man sich halt hier entsprechend anmelden. Und der Download startet dann von alleine. Und dann kommt eine entsprechende Meldung noch, ob ich das Ganze speichern möchte. Dann habe ich es halt wie eine Excel-Datei auf dem Desktop liegen. Oder ob ich es gleich mit dem Extensions-Manager öffnen möchte. Und das möchte ich. Also öffne mit Extensions-Manager. Sage OK. Dann lädt er das Ganze herunter. Und das breche ich jetzt einfach mal ab. Das braucht man ja nicht. Es geht ja nur um den Vorgang als solchen. Und nach dem Neustart in Dreamweaver stehen diese Widgets dann hier entsprechend zur Verfügung. Je nachdem, was ich natürlich runtergeladen habe. Werfen wir noch kurz einen Blick in den Extensions-Manager. So sieht der eben entsprechend aus. Und diese Sachen werden dann also sofort entsprechend hier installiert. Und stehen dann, wie gesagt, im Dreamweaver zur Verfügung. Gut, ja, das war es erstmal vorab, damit wir überhaupt mit den Web-Widgets arbeiten können. Ich würde sagen, suchen Sie sich einfach mal auf der Adobe-Seite durch, was Ihnen da gefällt. Das meiste ist recht simpel anzupassen. Und mit einigen dieser Extensions werden wir dann jetzt entsprechend arbeiten.